Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und eine Woche lang mit drei kleinen nebenbei laufenden Events. Zum einen gibt es doppelt Veredelungssteine. Also egal, wo ihr einen Edelstein, Verzauberungsstein oder so findet, da habt ihr gleich zwei. Findet ihr zwei, habt ihr vier, ihr kennt das System, einfach die doppelte Menge. Parallel dazu, wie eigentlich immer, wenn es doppelt Veredelungssteine gibt, gibt es Bonus-VP. Also einfach AI Gegner töten und dabei Bonus-Veredelungspunkte sammeln. Da füllt sich ein Balken und ist der Balken voll, habt ihr Meilenstein 1 erreicht und erhaltet 2500 Veredelungspunkte und einen Schutz der Bewahrung. Es gibt insgesamt vier Meilensteine und insgesamt fünf Schutze der Bewahrung, die ihr so kostenfrei durch das Vermöbeln von Feinden bekommen könnt. Und gleichzeitig beim Vermöbeln erhaltet ihr ja früher waren es Erfahrungspunkte, so heißt es heute nicht mehr, dennoch ist es ein Fortschrittsbalken. Ihr erhaltet einfach diesen Fortschritt und in dieser Woche geht das doppelt so schnell, denn ihr erhaltet fürs Vermöbeln von Feinden, fürs Erledigen von Aufgaben und allem, was man so machen kann in Neverwinter, die doppelte Menge an Fortschritt. Und ist der Balken gefüllt, könnt ihr euch eure Fortschrittsbelohnung abholen. Ich würde mal so sagen, nichts besonderes, aber doppelt Veredelungsteine und Bonus-VP und sprunghafter Fortschritt zusammen sind so kleine Sachen, die das Leben in Neverwinter angenehmer machen können. Also immer fleißig die Gegner vermöbeln. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.